In dieser Folge soll es um den Unterschied zwischen einer Berufshaftpflichtversicherung und einer Betriebshaftpflichtversicherung gehen. Eine Berufshaftpflichtversicherung sichert Sie ab gegen echte Vermögensschäden. Ein Beispiel hierfür wäre, Sie erstellen eine Internetseite für einen Kunden und verwenden Bilder, an denen Rechte Dritter bestehen. Der Kunde wird nun von diesen Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen und möchte diesen Schaden an Sie weitergeben. Hiergegen können Sie sich mit einer Berufshaftpflichtversicherung schützen. Eine Betriebshaftpflichtversicherung schützt Sie hingegen vor unechten Vermögensschäden. Unechte Vermögensschäden sind Schäden, die aus Sach- oder Personenschäden resultieren oder Sach- oder Personenschäden an sich. Den genauen Unterschied zwischen echten Vermögensschäden und unechten Vermögensschäden erkläre ich Ihnen in einer weiteren Folge. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite www.hiscox.de www.hiscox.de Vielen Dank.